hey leute was geht ab guten morgen hier ist wieder mike für euch am start es ist 3 uhr und wir haben nichts anderes zu tun als mal das top table car racing dingbums hier zu spielen mit schlauer hero am start und dreieckskugel verstehe sowieso noch nicht was der name soll und das ist schlauer hero aka las und dreieckskugel aka kevin und ja er ist ein kevin wir wissen und wir zocken jetzt einfach mal eine runde top table car racing tutorial schlag nicht tournament egal da ich bin ready wir haben heute schon am tag ein bisschen gespielt deswegen sind unsere autos ein bisschen aufgepanscht und ja ist ausnahmsweise mal kein black ops 3 aber nur ja wir können ja mal was anderes spiel so ein bisschen mario kart für hat vier empfänger mario kart war der weg hat verpiss ich alter witzig verarscht mit einem schwulen käfer da ja komm mit deinem mit deinem scheiß traktor hat lagen bauer weiß ich gar nicht was ich für dieses spiel überhaupt mit intro machen soll ich glaube nicht dass es da als gibt ja das von der von der schärfe eigenes habe ich nicht ja ich bin zu arm weiter was ist denn los mit euch seid ihr eigentlich immer ganz knusper oder was okay ich mag das spiel jetzt schon nicht mehr weil da dachte ich hätte einen kleinen vorteil weil ich den ganzen tag schon dieses spiel gezockt habe und da kommt einmal unser schlauer hero unser wunderkind weiße ich will noch eine runde ich will auf jeden fall noch eine runde das geht mal gar nicht gut dass morgen vater tag ist sonst wäre ich glaube ich um die uhrzeit auch nicht mehr online so kommt direkt ready und gib ihm und nicht diese scheiß map alter nehmen die war eine andere ja macht ja nix ist ja okay danke fürs gespräch dass die behinderte map die es überhaupt gibt verpiss ich verpiss ich warum hast du eigentlich so einen uralten käfer gepackt bis eigentlich geht bis ein doof alter hast du glück gehabt ich bin schon wieder man die b weißt du was wir kaufen uns die ganzen neuen autos und er kann sich einfach jetzt mein controller ist gleich leer aber macht ja nix ich bin schon wieder letzter das game gehört auf jeden fall nicht zu meinen favoriten ja wenn man die abkürzung nehmen will aber gegen die wände fährt das habe ich dir heute schon mal gesagt dass ich dich hatte habe ich dir heute schon mal gesagt dass ich dich hatte aber trotzdem ich werde nicht letzter jetzt weiter doch kann man wenn man zum beispiel dark wolf heißt apropos dark wolf bei der gelegenheit war ich direkt noch mal ein bisschen werbung meine klaren kollege dark wolf dark wolf unterstrich x3 schaut mal bei ihm auf dem channel vorbei ist ganz cool ist lustig er hat zwar noch nicht so viele videos wie ich aber das kommt noch so wir machen direkt weiter ich spiele ich spiele so lange ich spiele so lange bis ich erster werde wenn ich um sieben noch hier sitze was was es ist mir egal ich spiele so lange bis erster bin ich habe mein als maul als maul wenn ich dich sehe kriege ich gefühle aber auf die gute weil sie noch nicht so genau ja ja macht euch nur gegenseitig kaputt last ach das ist ja gar nicht mit dem käfer vielleicht alter ich dachte jetzt der lasse der mit dem käfer weißt du was bringt das eigentlich wenn ich mein scheiß auto punch bis oben hin ich verliere doch sowieso es wird noch eine lange nacht glaube ich und das spiel ist so scheiße dass es irgendwo schon wieder geil ist alter oh mein gott ich glaube ich deinstalliere das spiel wieder wir freuen uns natürlich oder beziehungsweise ich freue mich natürlich über jeden kommi den ihr da lasst aber seid nicht zu hart zu mir das geht gar nicht und ich trottel spiel das spiel auch den ganzen tag weißt du die computer sind nicht ganz so scheiße wie ihr beide wisst ihr das eigentlich wisst ihr das das ist äh alter du hast ja deine gefühle las ich sag dir dieses video wird glaube ich nicht äh nicht sehr weit bringen auf meinem channel alter die map kenne ich noch gar nicht was ist das wo kommt die map kenne ich wirklich nicht ach weil er da denkt dass ich da eine chance habe zu überholen oder was also ich weiß gar nicht wo sie lang geht man immer am brot vorbei mach ich sehr gerne du bist ein arsch weißt du ich dachte immer ego shooter machen ein agro ne ich hab mich geirrt ich hab mich geirrt oh mein gott die regenbogen strecke auf mario kart alter dass ich meine mutter nicht über den jordan gejagt habe war alles ne du bist gerade dabei die regenbogen strecke auf mario kart zu machen ne und dann bist du kurz davor erster zu werden und das level dann endlich abzuschließen und dann kommt die mutter rein und will staub saugen was macht jetzt hier den stecker von dem nintendo 64 raus dass ich sie nicht über den jordan gejagt habe war alles mama ich hab dich lieb falls du das irgendwann mal siehst ich spiel jetzt noch eine runde mit dann könnt ihr mich mal an der füße küsse ich verzweifle hier ich hab heute mittag angefangen und denk mir so ja wenn du heute abend mit den beiden spielst oder mit den drei ne dann kannst du auf jeden fall mal dann kannst du auf jeden fall so ein bisschen angeben wie du es schon vorgespielt hast und so ja, war wohl nix das war wohl glaub ich nix das spiel kommt auf meine deinstallationsliste theoretisch könnt ihr mich mal kreuzweisen das spiel nein kann er nicht hau ab kann mal einer von euch in die scheiß bombe fahren danke verpiss dich du arschloch die 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 Nein! Darf er das? Da ist er daneben. Ich werd nicht schon wieder letzter oder echt jetzt? Ich heul gleich. Ich heul gleich. Nella, die Runde geht eindeutig an dich. Ey, kannst du nicht da runterfallen, Mann? Ist das hier ein bisschen ernst? Ja. Alter, willst du mich jetzt verarschen, oder? Mann! Gib auf. Ich mag nicht mehr, Jens. Ich mag das Spiel nicht mehr. Ich mag es auch nicht mehr gegen Computerspielen. Die Computer sind auch Arschlöcke. Ich versteh nicht. Danke. Ich versteh einfach nicht. So, Leute, ich glaub, es ist meine Uhrzeit. Gebt einen Daumen nach oben. Na, für das Video könnt ihr euch einen Daumen nach unten geben. Ich nehm euch nicht mal übel, ey. Ja, ich mach morgen noch ein Black Ops Video. Und mal gucken, ob wir dann, was wir da so starten und was wir da so reißen können. Und ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich. Good Fight. Good Night. Bis dann.